Aber grundsätzlich läuft es über Zara, Geraldine und Coralie, werden wir sehen, vielleicht auch mit einer Topzeit, und das ist anzunehmen. 23.05 Uhr ist die ominöse Zeit, die du jetzt auch gerade unterstricst. 23.05 Uhr. Kann das Geraldine Frey heute laufen? Super Start von Geraldine! Zara ist nicht so gut rausgekommen, aber... Geraldine Frey und Zara Accio hat sie natürlich im Blick. Leonie Puente kämpft an der Spitze. Es ist Frey gegen Accio. Frey an der Spitze, Accio und Puente kommt noch einmal auf. Es gewinnt Geraldine Frey in A 23.12. Persönliche Bestleistung für Geraldine Frey. Und das bei einem Gegenwind von 0,2 Meter pro Sekunde. Ah, das ist jetzt...